Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind heute schon mit der ersten Gondel rauf und dann noch rumgefetzt hier oben. Und jetzt steigen wir gerade auf Richtung Schwarzkogel. Da hinten kommt auch schon der Rest. Und ja, wir queren jetzt aber drum herum und versuchen da hinten noch ein bisschen frischen Neuschnee zu finden. Genau, schauen wir mal, ob uns das klingt. Bitter kalt ist es heute auf jeden Fall. Deswegen habe ich gerade versucht, die Kamera anders zu halten. Aber das klappt leider nicht. Da kommen sie schon daher. Und ja, dann werden wir jetzt mal außen rum klären. So sieht das Panorama aus. Richtig idyllisch heute. Obwohl er nicht so gut gemeldet hat, haben wir richtig Glück. Und da kommen wir her. Jetzt sind wir schon ein Stück weiter. Wie nennt es sich jetzt hier? Geheim. Richtung blaue Lok. Geheim. Nennt sich geheim. Hallo Vicky. Jetzt werden die Pferde runtergemacht. Und dann geht es ab in die Abfahrt. Die sieht schon echt cool aus. Und nur ein paar Spuren. Also voll. Das ist wirklich brachbar. Darum wäre ja. Mhm. Freuen wir uns? Auf jeden Fall. Aufstieg war ja ewig lang. Aber dann hilft überschaubar. Und dann rechts hoch. Okay. Ich war noch. Ich weiß nicht. Das filmst du schon? Ja, sicher. Du darfst den Leuten aber nicht sagen, wo wir fahren. Es ist wahnsinnig so als nach. No GPS-Tracks. Wir sind ein starker Verfechter dagegen. So ist das im Winter. Wir sind ein starker Verfechter. Wir sind ein starker Verfechter. Ja, wir sind ein starker Verfechter. Wir sind ein starker Verfechter. Wir sehen uns an, wie wir sind. Untertitelung des ZDF, 2020 Jäger, oder? Wow, also wie ihr seht, da grinst sogar ich mal ein bisschen und man findet immer noch was. Okay, gut. Und wie war die? Top! Mega! Achtung, langsam! An den Kindern freuen sie sich über das Schuttern im Schnee. Das machen die Instagram auch so. Bleibt kurz auf unserem Kanal. Das dritte Video, das folgen wird, ist die Wiki oben ohne. Also immer dranbleiben und klicken, dann gibt es oben ohne Videos hinzukommen. Wie viele Likes brauchen wir für ein oben ohne Video? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bei uns ist jetzt der Wohlstand ausgebrochen. Ja. Wir fahren jetzt Taxi. Oder die Faulhallen. Ü30. Ja. Ich habe die 40 gezählt. Gute ist es leisten. Ja. Wiki, was gibt es bei dir zu sein? Die Wiki wird nackt statt 20. Ja. Die zweite ist dafür. Hier das sind lauter Lawinenkegel, wo ihr die ganzen Bröcken seht. Und das ist echt krass, was da alles abgebrochen ist. Oben die Abrisskante ist echt auch extrem. Und ja, jetzt ist es kälter, jetzt passiert da nichts mehr. Aber es sieht schon ganz schön wild aus. Und da hat diese eine große, die ist letztes Mal dann erst neu runtergegangen. Das ist echt relativ groß. Und jetzt wissen wir auch, warum hier teilweise wegen Lawinen gesperrt wird. Das ist direkt neben der Piste und sieht echt bisschen übel aus. So, jetzt sind wir beim Stangenjoch oben. Und da hinten ist der große Rettenstein. Jetzt fahren wir dann noch ab und dann geht es zur Kloalm. Das Wetter hat leider ganz schön zugezogen. Da hinten ist noch schön, aber da sind wir ja leider nicht. Aber ja, war ein toller Tag. Und auf die Kloalm freue ich mich jetzt echt schon mega. Das hört sich ja toll mit Kuchen und vielleicht heißer Schoki. So, ich verhalte mich. Sorry, keine Chance. Jetzt muss ich mir vorstellen, wie steil das da eigentlich ist. Jetzt sind wir da. Auf geht's zur Kloalm. Ja, da muss man überhaupt den ganzen Tag Skifahren gehen. Ja, damit man genug Hunger hat. Und dazwischen viel Verpauten und so. Ja, und von da hinten kommen wir her. Jetzt haben wir mal der Kloalm. Du bist böse. Ja. Sehr riesig. Jetzt ist es stressig. Jetzt hat der Tag einmal die Segmöglichkeit erreicht, oder? Ja, jetzt ist es wirklich stressig, weil ich bis du gleich wieder zum Bus kommen musst. Man geht noch raus. Dann ist jetzt erst das Kloalm. Das ist wahrscheinlich noch mehr, was da drin ist. Ähnlich, oder? So, jetzt geht's ab nach Hause. Skitag war geil, oder? Super, war echt mega. Besser als ich erwartet. Ja. Coole Sachen, gerade mit wenig Aufsteigen. Wirklich coole Sachen. Ja. Ja. Jetzt fahren wir. Heute haben wir nicht so viele Autos, aber mehr Platz. Das sehen wir gar nicht aus dem Zug. Das ist echt komisch. Ich habe keinen Platz. Auf jeden Fall hoffen wir das Video hat euch gefallen. Und ja, gebt uns bitte einen Daumen nach oben. Und abonniert doch gerne unseren Kanal, wenn ihr mehr von uns sehen wollt. Und das dritte Video ist dann die Wikio-Mone. Jetzt bitte. Danke. Danke. Sie weiß doch von dem Glück nicht, aber ich... Ja, ja, die macht das. Wir kriegen das hin. Jetzt war ich vor der Welt. Tschüss. Tschüss.